So, es geht weiter. Ich hab mal kurz pausiert, so. Geht jetzt weiter. Und scheiße, scheiße, Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Äh Mann! Jetzt hör auf Mann zu sagen! Ja, die Sonne geht langsam unter. Der Tag geht's Ende. Oder so, keine Ahnung. Oder die Sonne geht runter und damit die ganze Welt. Ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich jetzt hier über die Sonne irgendwas erzähle. Wahrscheinlich, weil da im Hintergrund ein Sonnenuntergang ist. Ach, keine Ahnung. Ich erzähle jetzt irgendwie nur Scheiße. Kann das sein. Kann nicht sehr gut sein. Alles einsammeln, danke. Ich sammle jetzt mal hier alles ein. Und die Fliegen kaputt machen. Ich bin der Fliegenzerstörer. Und der Feuerlöscherzerstörer. Ich bin der Fliegenzerstörer. Ich war mit ihm jetzt eine Maschinengewehr. Das Beste überhaupt. Sack. Was für echte Männer. Yay, Auto. Schön reinfahren. Sack, sack. Nein, du hast mich getroffen, aber du hast mir nichts gezogen. Haha. Jetzt hast du mir was gezogen. Ach ja. Aber ich hab wieder Leben. Hey. Was für eine Ertung. So, jetzt. Treff mich nicht. Doch, du treffst mich, du Arsch. Jetzt, Mann. Ist hier drin? Eine Pakete. Yay. Ich bin ein Flugzeug. Ein Düsenjet. Keine Ahnung, was es ist. Und da war eine Sette Lütenschüssel. Aber ich weiß nicht, wo der Teekessel ist. Wow. War ich auch noch fertig? Und das Level ist schon wieder vorbei. Mann, das geht aber fix. Ja, ich hab keine Ahnung, wie viel Level das Spiel hat. Da stand da, glaube ich, gerade 13 oder so. Oh, und das ist ein Level, das ich hasse. Ich glaube, hier werde ich 5 Leben oder so verlieren. Weil, wie gesagt... Ja, hab ich noch gar nicht gesagt. Auf jeden Fall ist hier... Dann muss ich hier rein schießen. Und, äh, die... Die, äh... Die Tornados hier, die schubs mich halt eben weg. Und das ist total dumm. Denn ich kann hier nicht dann... Nicht richtig zielen. Und der Typ, der macht dann hier so eine Blitz... So eine Blitzattacke. Und dann verliere ich Leben. Und das ist natürlich auch Zeit. Ich hab nur noch 10 Sekunden, knapp. Und noch ein Leben. Und den werde ich jetzt verlieren. Soll er hier rein? Äh, vielleicht darf ich's noch? Nein, natürlich nicht. Boah, ich hasse das Level. Ich hasse das Level so sehr. Frag mich, wie ich das früher mal geschafft habe. So, jetzt zieh ich mal weg. Ich kann hier die, äh... Tornados auch, äh... Kaputt machen. Aber... Ich will ja den Typen kaputt machen, und nicht die Tornados. Doch, will ich eigentlich auch. Weil die mich dann stören. Aber es kommen ja immer wieder welche. Ich geh kaputt. Wackel schön. Kaputt! Na komm, fast hab ich ihn. Ich komm noch ein bisschen. Die Zeit rennt. Yay! Geschafft! Wow! Ich werde nochmal weggeschubst. Danke! Und es ist nah. Und es blitzt. Wow! Sieht natürlich sehr cool aus. Wenn hier, äh... Es blitzt und... Es für kurze Zeit so alles hell ist. Au! Mann! Voll in die Fresse! Wackel... Wackel! Ne, da will ich eigentlich nicht rein. Ich mach hier lieber mal ein... Gegenwartabdruck damit. Wow! Ich... Wow! Ich springe! Das sah ja gerade lustig aus. Wow! Und ich falle! Ich weiß nicht wohin! Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch einen richtigen Weg bin, aber ich weiß gar nicht. Oder so? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich bin hier... Oh, Mann, 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 Mann! Noch ein Leben! Ne, nicht. Also, ich hab zehn Leben, aber... Noch eine Kugel? Was weiß ich? Ist hier eine Kugel drin? Eine Kugel? Nein. Da, Mann! Von hinten. Wie hässlich. Diese Fliegen, die sind ja unerträglich. Ah, die werden jetzt Granaten. Okay, jetzt, macht ein Salto. Yeah, sieht gut aus. Oh Mann, ich flieg da ständig rein. Mann, das gibt doch nichts. Wow, 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 und ich krieg hier voll eins auf die Fresse, also ich geh mal hier lang, weil... ... und kann mich hier dem Typen kug-kug machen von hinten. Zack! Das ist ein guter Rennen. Oh, ich bin gar nicht. Oh, da war eine Fliege. So. Hey, schon wieder ein Level! Wie viel für das Level ist das denn jetzt? 9 von 11, okay. Dann kommen ja nicht mehr so viele. Tag 13. Ja, und wir sind jetzt hier irgendwie in der Rüste oder so. Wow, 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 Mann, geh ran! Boah, boah! Boah, das hasse ich ja so, ne? Genau sowas. Aber komischerweise haben die mir nur zwei so Kugeln gezogen. Aber es sah halt eben aus, als ob die mir 10 Kugeln entnommen haben. Klingt irgendwie komisch, entnommen haben. Naja. Hier. Weg da. Okay, ne Schraube. Zack. Oh, da ist ein Loch. Nein. Eins auf die Fresse. Kaputt. Yay. Ey, hier ist ein Teil. Ich wusste mal, wo hier diese Satellitenschüssel ist, aber ich bin mir halt nicht mehr so sicher. Wo das genau war, kann sein, dass ich mich hier gleich tue, oder? Ich bin mir hier raus. Ein Stück. Danke. 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 Das war nicht nett. Oh, was hat denn jetzt eine Satellitenschüssel? Mann, ich stöß dir doch nicht den Kopf. Du armer Junge. Das ist doch wehtun. Nein. War sie nicht. Das war nur ein Scheiße. Ne, ja. Ne, ja. Oh, schaiten Schild. Das ist scheiße. Sehr cool. Sehr cool. Ich habe das Bedürfnis, nach hinten zu gehen. Da war doch bestimmt irgendwas? Nein, war nicht. Okay. Ich dachte, hier sei irgendwie was wichtig. Was ist hier? Nur Sternen, okay. Wow. Vorsicht! BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Ich drehe mich um und direkt... ...Heputsch! Mann! Ich schub's mich doch nicht. ... kaputt... ... kaputt... ... kaputt... ... hab die Ausnahme kaputt... ... mach'n riesen Jump und werd' voll nach hinten gesplodert... ... und werd' getroffen... ... super... ... hoch... weg... ... aha... ... wusste's... ... woher nun... ... wow... ... ist da oben irgendwas... ... kann ja nicht wissen... ... fernsehgerät... ... fernsehgerät... ... fernsehgerät... ... ein Fallschirm... ... yay wofür braucht man so arg... ... hab' ne Ahnung... ... hoppla... ... schubs mich an... ... yay... ... nach getroffen... ... ja ich glaube ich hab' die... ... Satellitenschüssel... ... irgendwie... ... übersehen oder so... ... öpp... ... dann lauf' ich halt eben bis zum... ... Ende des Levels... ... das ist ja auch nicht so schön... ... wow... ... mann... ... yeah... ... ist da was... ... vielleicht ist da was... ... komm den mach' ich dann auch fertig... ... so... ... ey... ... schon ins Ende... ... ... und... ... krieg' ich ein Leben? ... nein... ... ... wieso hab' ich nur noch... ... neun Leben... ... äh... ... neun Leben? ... ... wieviel... ... ich hatte doch... ... Hilfe oder so... ... wie oft bin ich denn gestorben? ... ... ... keine Ahnung... ... ich hab mich mitgezogen... ... ja... ... ich will hier das alles einsammeln... ... damit ich... ... Leben bekomme... ... ... nein... ... ich will jetzt... ... raus... ... ach... ... ich krieg' ein Ding... ... mann... ... trifft der mich auch noch... ... na... ... ja... ... hier im Level muss ich jetzt... ... sehr vorsichtig sein... ... weil... ... ähm... ... ja... ... äh... ... weil... ... weil... ... weil... ... es so eine Stelle gibt... ... wo ich glaube ich... ... viel Leben verliere... ... ich spring einfach mal nach... ... wow... ... und falle... ... und falle... ... und schieße... ... hier so einen... ... coolen Schuss... ... Mann... ... diese dumme Fliegen... ... ja... ... ich... ... rushe hier einfach mal durch... ... kann sein... ... dass ich hier irgendwas übersehe... ... wup... ... so was... ... nö... ... nur... ... Speicherpunkt... ... und dann... ... mit... ... ein... ... äh... ... häh? ... wo muss ich denn lang... ... häh? ... ... wir jetzt irgendwie nicht... ... wo muss... ... wo muss ich hin... ... ähm... ... ach so... ... ja... ... nach da... ... boah... ... ich dachte schon irgendwie... ... total verlaufen... So! Ja! BÄÄM! Schubst ihm nicht voll nach oben. Dreckiges Ding! So! Da oben sind wir die Tür so im Geheimgang. Ach man, nochmal nach oben. Äh, ja, dauert ein bisschen. Was krieg ich? Ein Leben. Yay, und jetzt kommt das allercoolste. Ich flieg nach unten. Komm, komm. Wow, und, 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 und. Wow, wow. Oh Mann, war ja nicht so lang. Ja, jetzt kommen so Endgegner, die auf dieses Zeichen Papier stehen. Mann, Mann, triff mich nicht, du dummer Sack. Wo bist du? Spring, triff, danke. Mann, ich lauf da genau rein. Verdammt. Wo, wo, wo bin ich? Oh Mann, ich muss nochmal nach oben. Ja, Mann. Oh Mann, ich rutsche. Runden springen. Wow. Oh, komm, komm, es ist ein Treff. Oh Mann, wie? Mann, Mann, Mann. Bist du, bist du, bist du, bist du eigentlich behindert? Mann, jetzt hör auf damit, äh, ich sollte mir abgewöhnen, Mann zu sagen. Das klingt irgendwie doof. Wo bist du? Yay, getroffen. Aha. Hey. Und jetzt kommt dieser Piranha, der ist natürlich sehr gefährlich, weil der irgendwas macht. Ja. Wow, Mann, Mann, genau sowas macht der. Das ist ja total krank. Ich weiß gar nicht, wie man den nochmal besiegt. Einfach draufhalten oder so. Keine Ahnung. Ja, Mann, ich schubst doch nicht so. Triff mich nicht, nein, direkt. Ja, ich verliere ihr Leben, wie ihr seht. Wie ihr seht. Ich hoffe, ey, mal, dass ich jetzt alle besiegen werde. Mann, boah. Hätte nicht sein. Mann, jetzt. Ich dachte, du fliegst nach oben, ey. Mann, 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 Mann. Hör doch auf, ey. Hör drauf, ey. Hör doch auf. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt wieder dieser Piranha. Ja, mit einer Kugel, das schafft ich natürlich nicht, natürlich nicht. Komm her. Wer hat real. Okay, okay. Okay, okay. Wow. Ein bisschen Anlauf nehmen. Wow. Okay. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Wupp, das ist immer sehr knapp. Wupp. Geh mal, das muss man sichern. Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob der dadurch irgendwie Schaden verliert oder so. Der sieht dann immer so wütend aus, als ob der... der unglaubliche Hulk wäre und dem das nichts tun würde. Okay, jetzt. Jetzt muss es doch einfach mal funktionieren. Mann, wieso treffe ich nicht? Mann, Mann, ey. Keine Hobbys oder so? Mann, wieso laufe ich da noch rein? Ich trottel, das gibt's doch nicht. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Komm. Zack. Natürlich ist er da oben, natürlich ist er da oben. Natürlich, natürlich, natürlich ist er da oben. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ich verliere, ich verliere. Ich verliere, ich habe nur noch sechs Leben. Das gibt es nicht. So wenig Leben hatte ich noch nie. Okay, jetzt muss es eigentlich mal funktionieren. Mann, wieso? Das gibt es nicht. Das sieht doch schon mal gut aus. So ist er. Ja, Mann. Komm, komm. Yay, getroffen. Jetzt habe ich wenigstens drei Kugeln. So. Wow, wow, wow. Nein. Ja, komm. Das ist echt verdammt knapp. Nein. Aber das Summe ist ja, dass danach noch so ein Endgegner kommt. Und mit zwei Kugeln, naja, ich weiß ja nichts. Das ist, oh, vielleicht ist er ja eine super Kugel. Yay. Immerhin eine. Nein, komm, geh weg, du Bananenfresser. Lass mich in Ruhe. Wow, der sieht gruselig aus. Der hat so eine dicke Nase oder sowas. Keine Ahnung. Komm, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Yay. Los geht. Puh, das war echt knapp. Yay. Yay, ich bin so happy. Puh. Okay. Ich glaube, ich mache mal einen kleinen Schnitt. Okay.